Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter. So, ich habe die Tränke vergessen. Machen sehe ich gerade. Die mache ich noch ganz fix, bevor wir in den Dungeon gehen. Wie gesagt, ein weiteres Mal in den Wald tanchen, weil wir noch eine Notiz brauchen, eine bestimmte. Servus, ich brauche da was. Tränke. Wie schaut es mit denen aus? Nichts gut. Wie schaut es mit denen aus? Sehr gut. 14, ja. Bitte. Kann man machen. Und hier gehen sich wie viele aus? 11. Ja, kann man auch machen. Und hier einer. Na, um Gottes Willen. So, das passt schon mal. Das ist so schön, die Winterlandschaft. Moment, sie hat irgendwas Neues. Was haben sie denn im Angebot? Mählige Frau. Irgendwie kann ich noch nicht, ne? Jetzt. Äh, ja, da bin ich wieder. Äh, was hat sie denn Neues? Ich bin gerade überfragt. Vielleicht bei den Verzauberungen? Ja, gut. Ja, das kann man schon leisten. So, das passt schon. Das ist gleich passt schon. Ja, passt. Aber immer noch das Rufzeichen. Keine Ahnung, was die will. So, ähm, Dungeon, ne? Gut. Also noch mal in den Wald, der Dembele. Hup, hup, ma, ist das schön hier. Überall Bacala und so toll. So, Wald, sind wir da drüben. Da, 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 halt. Ich stecke fest. So, und? Dann schauen wir mal, ob wir Glück haben. Schwammel, 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 Schwammel. Schwammel, 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 Schwammel. Wo ist es denn? Bäh. Zweimal nix ist nix. Hallo. Da ist auch kein Schwammel. Zack, zack. Und was haben wir dort drüben? Da, da, da. Eine Wurzel und ein Stroh, glaube ich. Jawohl. Ba, 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 zack. Was haben wir da? Einen Schwammel. Hurra, Schwammel. Halt, stehen bleiben. Yeah. Aufgabe abgeschlossen. Super. Zack. Ups. Zack. Da geht's weiter. Okay, da dürfen wir auch nicht weiter. Zack, zack. Super. Dann schauen wir uns die anderen Räumchen noch an. Da, 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 bam, 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 bam. Noch mehr Schwammel am. Zack, zack. Na, was ist mit oben? Und zack. Was haben wir da drüben Schönes? Nährboden und Früchtchen. Jawohl. Zack, zack. Und zack. Und zack. Sonst ist da nichts. Ein Smile ist da. Aha, aha. Ui, das Buch. Oh, der Kerl kommt gar nicht. Oh, die klautsche wieder mal Buch. Oh, weißt du was? Ist mir wurscht. Ich hole mir jetzt ein Kaffee. Und gut, ist, jawohl. So ein richtig schleimigem Kaffee. Ja, genau. Bam, bam. Da, 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 da. So. Nein. Verdammt. Bam, 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 ba, da, bam. Aha, da ist auch was drin. Zack. Au. Zack. Bam, bam, da, da, da. Zack. Und zack. Mal schauen, was wir hier haben. Ui. Aha, das ist gut. Das machen wir gleich. Da kommen Monster. Die machen wir alle kaputt. Bam, 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 bam. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Wack, zack, zack. Halt. Bleib zu stehen. Zack. Okay, wir sind voll. Oh, weil ich das vergessen habe. Hehe. Hinten nach Hause da zu geben. Ich bin so schlau. Ja, was soll ich dazu sagen? Außer, Schnucki, das war scheiße. So. Ähm. So 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 Passt Und weg Gut So Was haben wir hier drüben Ein Haufen Gegner Zack Er hat auch Tränke für uns Gott sei Dank Die Hütte zum Öffnen Hä Oh ich hab gerade den Back Die Anzeige da Wie geht die nachher weg Wenn wir den Dungeon verlassen haben Schande Wir sind voll Hoppala Hopp Zack Nein falsche Richtung Alter He he Das war echt blöd von mir Das kann ich gar nicht anders Ähm Ja Scheiße So Ach ja So Killein Was machst du da Wenn ich das bloß wüsste Mein Lieb Wenn ich das bloß wüsste So Jetzt ist die Frage Wenn wir den Waldtanschen verlassen Über das Portal Ach falsch Ob wir Ob noch Nacht wäre Ich meine Notizen haben wir genug Mehr als genug Es wird sich auch nichts bringen Ein Portal aufzustellen Das wäre vergeudete Entschuldigung Bin am Mikro angestoßen Das wäre vergeudete Goldverschwendung Hau mal ab Ist wurscht Hau mal ab Wir haben unsere Notizen Das passt schon Ein bisschen Das mit die Tränke ärgert mich gerade Bin so blöd Ähm Passt schon Ähm Schauen wir Dass wir das Zeugs So gut das Geld verkaufen können Ich werde jetzt auch Keine Aufträge Derweil mehr annehmen Weil Wir haben ja eh sowieso Wir haben sowieso Nichts mehr eigentlich Wir sind arm wie Kirchenmäuse Wir haben nichts mehr zum Verkaufen Äh Sachen gibt's So Das Buch ist auch hoch gefragt Mit 5000 Ja Wollen wir es mal mit dem 6er Ähm Du bist schon Durchschnitt Oha Das geht so nicht Der ist neutral Der brauche ich gar Hoppala Das wollte ich gerade nicht Ich wollte nur sagen Den brauche ich gar nicht hergeben Ich muss mal Nach oben So So Halt Die Notizen gehören da nicht hin Notiz Wo bist du? Äh Da Die nehme ich gleich mit So Mal schauen Wie schaut es jetzt mit dir aus? Hoch Jawohl Du auch Na Immer noch neutral Aber das kann man mitnehmen Schü Alles weg mit dem Wasser So Ähm Das wäre noch Nach wie vor neutral Das wäre hoch Auch wenn nur 4 Stück sind Nehmen wir es vielleicht trotzdem mit Ähm Die können wir ja auch mitnehmen Stroh können wir auch mitnehmen Das geht gar nicht Der Batzen wird gehen Haben wir von diesem Gift Da könnte man auch Da könnte man auch Kohle draus machen Der ist auch was wert Okay Den nehmen wir auch mit Bei dem wissen wir es nicht Wüstenstrick Schön oder? Ich würde sagen Probieren wir mal Da haben wir auch keine Ahnung Nehmen wir auch mal mit Sollen wir jetzt die Preise haben Der Rest wäre eigentlich besser wenn man noch was sammeln könnte Golem Entwürfe Nehmen wir es einfach mit Was wir haben Hammer fertig Und gut ist Herrschaftszeiten So Brauchen wir so Platz Da Das geht auch noch Schau Da haben wir noch so ein Drum Ja Passt Und Bevor ich es vergesse Das brauchen wir natürlich auch noch So Also Hier herüben Ähm Machen wir das 400 Wissen wir nicht Könnte passen 2000 Wissen wir nicht Könnte passen Dann haben wir da Machen wir hier die Golem Ecke Also so Diese Zettelwirtschaft So Dann schauen wir mal Was bist du wert Das wissen wir nicht Ich brille es mal mit einem 2000er Ja Hier 5000 war zu wenig Machen wir auch ein 2000er Daraus 1500 hätte gepasst Aha Könnte das eventuell auch so sein Machen wir mal lieber 1500 Ne Hoppala Hier vielleicht auch Hier haben wir auch keinen Preis Machen wir auch mit 1500 Schauen wir mal So Dann haben wir noch ein bisschen was im Inventar Hier zum Beispiel Das da Und Das da 500 Guter Preis Machen wir 55 Das müsste auch passen So Gut Für die Sail Kiste Gehen wir eines von dem rein Mit Bauchweh Gut Dann machen wir mal den Laden auf Das ist immer so süß Wie sie ihre Haare bindet So Gnädiger Herr Wir haben ihren Auftrag erfüllt Immerhin schon 24.000 Eingenommen heute Super Mit Aufträgen Möchte ich heute spaßig sein Ich möchte endlich wieder mal Dungeons so besuchen können Ähm Dass wir unsere Dass wir unsere Lager mal richtig Wieder auffüllen können Dankeschön Servus Jawohl Ein Dieb ist auch schon da Super Das freut mich ja glatt Ich hoffe mal Dass die jetzt nicht so schnell was klaut Dankeschön Dankeschön Boah Alter Ich kriege gleich Einen Nervenzusammenbruch Der Dieb macht mich krank Die da Die alte Hab dich Du Unbewussel So Also zack Und Ich würde sagen zack Und ich würde sagen zack Sind wir hier mit 500 Gut Ja Machen wir 550 700 Ja ist viel Können wir auf Würde ich sagen Ja Wir wollen wir mal so Wow Okay Da haben wir zu billig hergegeben Das Zeug Nicht so gut Alles wurscht Da hat jemand das Buch gekauft Das freut mich auch Dankeschön Dankeschön So Da kommt das Xifel rein Da kommt das auch Opa Da kommt auch eins hin Da freut sich Und der nächste Dieb Ist ja klar Danke So Was können wir hier hingeben Ich würde sagen Den da So Du Gauner Hab dich So Schnell wieder hinstellen Ähm Ich würde auch sagen Können wir das gleich wieder hinstellen So Danke für den Einkauf Da tun wir jetzt auch gleich wieder was hin Einmal Zweimal Dreimal So Was gehen wir hier Ich würde sagen Puh Wir haben mal mit den Tausender Viertausend Guter Preis Wollen wir es mal mit fünf Da oben können wir auch nochmal Wasser hingeben So Passt Die Firma tankt Dankeschön 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 Okay das ist zu teuer Eindeutig zu teuer Ähm So Vierfünf So. Okay, da hat jemand was genommen. Sehr gut. Danke. Was haben wir hier für einen Preis? Oh, stimmt. Da war ich auch schon unverschämt. Dankeschön. Okay, da war ich immer noch zu unverschämt. Okay. So. Das ist auch noch zu teuer da drüben. So, das machen wir gleich so. Diese Rumlauferei. Okay, 2000 ist dann echt zu viel. Brüllen wir es mal mit einem 1000er. Hier dasselbe in grün. Ich glaube, da ist ein Dieb, ne? Du Schuft. Dankeschön. 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 Das ist wieder ein Dieb. Na, du Schuft. Oh, ein Auftrag. Mann. Ich wollte ja keinen Auftrag mehr annehmen, weil... Das sind so viele Aufträge. Ach, was soll ich denn machen? Ach, was möchtest du denn? Wind, Baum, Notiz. Drei Tage. Nein. Was möchtest du? Nein. Magisches Werkzeug könnte machbar sein. Die Wurzel könnte machbar sein. Das könnte auch machbar sein. So. Mal schauen, ob der eine noch was nimmt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir fast alles verkauft. Ja, ich weiß, ich wollte nichts annehmen. Aber da wir in den Wüstentempel gehen wollten oder müssen, dachte ich mir, wenn dann Aufträge passen für den Dungeon, könnte man das doch annehmen. So. Gar nicht schlecht verdient, würde ich sagen. Auf den ersten Blick schaut's gut aus. Oh, es geht. Bisschen weniger als gestern am Vortag. Also 240.749 haben wir eingenommen. Ich glaub, das ist okay. Für das, dass wir sehr viele alte Materialien hatten. Ich glaub, das ist gut. So, wir haben Tränke. Wir sind ausgerüstet. Wir sind startklar gut. So, wir brauchen... Wir haben... ...den sechsten Tag. Für den Kerl haben wir den Samen bereit. So, magisches Werkzeug und Stoffrankingnotizen brauchen wir jetzt. Magisches Werkzeug. Hätten wir da was da? Ich glaub nicht, ne? Schaut nicht aus. Niemals. Dann werden wir... ...ein Packerl Tränke als Reserve mitnehmen, weil das könnte heftig werden. Was ich mir auch wünschen würde, wäre da so ein automatischer Aufräumer. Ehrlich, das wär cool. Und dann brechen wir mal in den Wüstentanschen auf. So. Ähm, warte, das rumklau ist immer schneller. Hui, 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 hui. So, wir brauchen jetzt... Wie ist das magisches Werkzeug, ne? Super. Hui. Super gemacht. Das hab ich super gemacht, echt. Dem ist hier nichts hinzuzufügen. Halt. Das ist meins. Zack. Passt. Zack, zack. Oh, opala. Mit dem hab ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist gut. Zack. Und zack. Ah, zack. Wow, das ging gut. Mit dem hab ich jetzt nicht gerechnet, dass das so gut gehen kann. Und zack, zack, zack. Sehr gut. Wo ist der Geist? Zack, zack. Und die Tür öffnen. Was haben wir da? Wüstensteinchen und Flüssigkeitskontenzator. Mit R. Und tschüss. Super. Zack. Au, au, zack, zack. Das war ein Schuss in den Ofen. Zack, zack. Au, zack, zack. Zack, zack. Haben wir ihn erwischt? Ich glaub. Hier geht's aber nix weiter. Das heißt, die müssen da wieder weg. Tapp. Bambam. Düdeldu. Und da. Zack, 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 zack. Sehr gut. Na, normal aufmachen reicht auch. Resistentes Glas und Wüstensteinchen. Okay. Dann schauen wir hier rauf. Zack, zack. Da ist mein Schuss in den Ofen. Dü, dü. Und zack. Da, dü, 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 dü. Zack, zack. Und zack. Einmal geht noch. Okay, da unten wird nix sein, glaub ich. Nein. Darabam, bambam. Ah, da haben wir schon den ersten. Zack, zack. Hey, mit deiner Notiz. Alter, ich brenn, glaub ich. Hui. Heiß, heiß, heiß. Hui, hui, hui. Und da rüber. Ah, da haben wir den Raum, was brauchen wir tun da. Da, da, da. Heilen? Jo, ein bisschen geht's. Schön kühl. So, und zack, zack. Da haben wir wieder eine Notiz. Halt, die Notiz, Notiz, Notiz. Okay, keine Notiz. Keine Notiz. Scheiße. Die muss ich gleich mal da oben verbarrikadieren, damit werden wir sterben. Ich werde wenigstens eine Notiz haben, das war super fail gerade. Da haben wir noch eine Notiz, mit ein bisschen Glück. Jawohl. Wenigstens haben wir schon zwei. Sind wir da schon fertig? Schaut aus, gell? Dann werden wir uns noch einmal genesen. Und ich glaube, ich werde... Meine Überlegung ist gerade, den Dungeon zu verlassen. Das Zeug in Sicherheit zu bringen. Haben wir dann schon mal einen Handel zu machen, gell? Ja. Na. Wir machen das anders. Wir gehen in die nächste Ebene. Und schauen, was es hier gibt. Vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere Notiz. Und dann verlassen wir den Dungeon. Komplett. Am nächsten Tag gehen wir wieder rein. Ganz normal. Dieses Kör... Au. Dieses Körn ist durch weh, glaube ich. Zack, zack. Da ist er. Zack, zack. Und da ist er. Haben wir schon den Körn. Ja, einmal heilen ist gut. Sehr gut. Grüß euch. Boah. Zack, zack. So. Und zack, zack. Ah. Zack, zack, zack. Willst du da bleiben? Und sowohl. Jawohl, jawohl. Und da haben wir drinnen. Zerstört. Zerstört den Flucheffekt, ne? Okay. Zerstört den Flucheffekt. Rückkehr zu stellen und den Gegenstand in die Richtung. Können wir mal so machen. Ähm, wobei ich gerade am überlegen bin. Ich glaube, wir machen das... Ha. So. Und so. Dann können wir das nämlich decken. Passt. Haben wir einen Platz gespart. Okay. Und weiter geht's. Da ist wieder keiner von den Kerlen, die wir brauchen. Zack. Alter. So, jetzt aber. Na doch nicht. Jetzt aber. Alter. Aber jetzt. Zack. Alter. Au. So. Jetzt haben wir's. Aha. Nächste Ebene. Da möchte ich noch nicht hin. Einmal noch heilen. Sehr gut. Ups. Da wollte ich jetzt gerade auch nicht rein. Upsi. Dann gehen wir hier ruf. Alter. Von unseren Typen, die wir brauchen, gibt's auch nichts mehr. Ah, da haben wir mal so einen Geist. So. Au. Zack. 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 Supi. Das ist gar nichts. Das hat wehgetan. Ja, wenigstens haben wir getroffen. Jetzt ist er hin. Na bitte, geht doch. Und der Nächste. Jetzt ist schon bald zum Bedenken, dass die vielleicht, oh ja, freilich, ne? Halt. Wow. So, dann hält man schon mal. Wow. Der Stoff, ne? Au. 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 Ich muss mal was trinken. Zum Wohl, meine Lieben. So. Halt. Ja, fall runter, Hass. Nein. Du Kasperl. Zack. Das ist echt super. Haben wir's jetzt? Geht ja. Tsch. Also, das ist ein bisschen übel, echt. Zack. 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 Das ist echt ein bisschen übel, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es diese Gegner hier nicht gibt. Scheinbar zerstört einen Gegenstand in diese Richtung bei der Rückkehrung, bla bla. Sicher nicht. Du musst jetzt schon Platz machen. Zerstört den Fluch-Effekt. Schauen wir mal, was wir bekommen. Schauen wir mal, was wir bekommen. Das Zeug, was wir brauchen. Das ist super. Ähm. Hm. Ich glaub, da opfern wir die hier. Für den da. Ist irgendwas nix wert? Ich glaub, da ist alles nix wert. Krass, kann man hier geben. Für unsere Tränke, so. Ähm. Okidoki. Ich würd sagen, schauen wir uns noch ein bisschen um. Machen wir diese Ebene. Okay, fertig. Das ging jetzt schnell. Ah, herrlich. Noch kurz schauen, ob noch irgendwas übrig ist. Ich denk, da war mal was. So. Ja, da unten geht's nochmal weiter. Auch nichts. Aha, aber da unten geht's was. So, geht ja. So. Mal schauen, was wir da unten haben. Nix. Ah, zum nach Hause schicken, oder? Oder? Ja. Ja. Ich hab jetzt nur mal probiert. Jetzt haben wir wieder genug Platz. Ich hätt alles heimschicken sollen. Und wie denn, wenn du denkst, ne? Oh, wow. Wowie, wowie, au. Du bist ein Nerven-Dings, echt. Ein Nerven-Upsala. Ein Nerven-Dings-Choice-Alwollte ich sagen. Au. Ah, da haben wir eins wieder. Cool. Wieder nicht verschwinden. Wow, Glück gehabt. So, der ist auch fertig. Halt. Wow, der hat gesessen. Du kannst zeigen, was du willst. Der hat gut gesessen. So. Gut. Schauen wir mal, ob da unten was ist. Ja. Ui, ein Buch. Aha, da kommt er. Da kommt er. Ich glaub, wir können abhauen. Ich glaub, das passt. Das ist mal eine schöne Ausbeute, glaub ich. So. So. Fein. Dann kann man ja beruhigt und getrost Handel treiben. Ich hab keine Ahnung, für welchen Preis ich dieses Buch hergeben soll. Wüstengeschichte. Mal lesen, wär auch nicht schlecht, ne? Drei Sonnen. Drei Sonnen penetrieren den Himmel und erleuchten uns. Durch ihre Konstellation am Himmel haben wir nur zwei Tage Dunkelheit in jedem Jahr. Boah. Boah. Ich könnte da nicht schlafen. Ich könnte da echt nicht schlafen. Ähm, Preis. Machen wir mal 20.000, ich habe keinen Schimmer. Ähm, ich muss mal rauf hier. Ich muss mal das Zeug hier beiseite legen, das brauchen wir jetzt dann bald. Den Rest schmeiß ich mal kurz hier, bis auf die Notiz eigentlich, aber den Rest schmeiß ich trotzdem mal hier rein. So, das können wir schon mal mitnehmen. Ich glaube, das ist auch, ja, das kann man auch, das auch. Ja. Sind wir ganz unten? Ja, wir sind ganz unten. Ähm. Gut, das können wir auch mitnehmen. Jetzt muss ich gerade mehrmals kontrollieren, hä, warte, wie? Das hier geht noch nicht, Knolle. Würde gehen. Ähm, möchte ich aber, glaube ich, sparen. Ha. Ja. Ja. Hm. Natürlich. Den nehmen wir auch mit. Den nehmen wir auch mit. Den nehmen wir nicht mit. Dreh, äh, Drähte. Hatten wir das schon vorgelesen? Kleine Metallstränge zum Leiten von Elektrizität. Muh. Nein. 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 Das brauche ich für drüben. Nein. Ähm. Ja. Das geht. Das geht auch. Das geht nicht. Der geht auch noch nicht. Äh. PC. Ich glaube, das können wir so lassen. Hier auf jeden Fall kommen die Notizen rein. Dann brauche ich, glaube ich, die Sämlinge. Die Sämlinge waren heute, ne? Warte, ich habe mich gerade am Tag verschaut. Modifizierte Samen, ja. Aber ich fürchte, den Auftrag kriege ich schon mal überhaupt nicht hin. Den noch eher als wie den. Modifizierte Samen haben wir mit. Passt. So. Was gehen wir da wo rein? Ich würde sagen, so. 3.000 ist billig, wissen wir nicht. Ich würde sagen so und so. Probieren wir das mal. Ein Tausender wissen wir nicht. Probieren wir es mal mit einem Tausender. Ich habe keine Ahnung. So und so. Das passt. Probieren wir es mal mit 500. 300. Machen wir mal. Hoppala. 350. Hier wollte ich auch 350. Keine Ahnung. Probieren wir es halt mal. Ja, das passt schon. Und hier herüben. Nochmal so. So und so. Auch hier 350. 400. Machen wir weniger. Dass wir den vierten Preis haben. 350. So. Passt. Kann losgehen. Ui, ich habe Überlänge. Viel zu viel Überlänge. Entschuldigung. Ist ja wurscht, oder? Machen wir den noch fertig. Ups. 15.000 haben jetzt verdient. Oje. Ähm. Außer ich bin schnell. Warte, ich bin schnell im Part. Also dann, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Spiel schaut, äh, das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Also besser gesagt, bis gleich. Tschüss. Tschüssi.